Das ist für uns eine Herausforderung gewesen. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, nochmal guten Morgen. React Pro ist eine Kombinationstechnologie, spritzt dies mit Polyelotanüberfluten. Wir haben den thermoplastischen Träger. Man muss die Networking betreiben und muss Philosophien zusammenbringen. Wie kann ich Sachen nochmals besser machen? Wo geht die Reise hin? Was zeichnet uns aus? Was zeichnet uns aus, dass wir besonders konstant konstruieren, produzieren? Wir kommen nun zum letzten Vortrag für heute. Ja, ich habe es Oberfläche 4.0 genannt. Ich habe es schon educator gemacht. Ja, ich habe esейчас, irgendwann ist die Begate. Auf meinem Verwurter, wie es ist bloss Properties, Maz prawdae, die Brust? Ja, ich bin da, ich bin da. Wir machen doch sicher, ich bin da. Mach es kostenlos. Na, ist die Verwurter und einzelne St sophieue사를feren. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020